Vergangenes Jahr war sie schon einmal da, jetzt kommt sie wieder, weil es ihr so gut gefallen hat. Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt heute nach Bad Kreuznach. Alle sind schon völlig aus dem Häuschen und auch für uns ist das ein guter Grund, ein NaheTV-Spezial zu machen. Herzlich willkommen zu einem NaheTV-Spezial Bundeskanzlerin Merkel in Bad Kreuznach. Alle warten auf die Kanzlerin, so auch wir. Herzlich willkommen zu diesem NaheTV-Spezial-Spezial Bundeskanzlerin Merkel in Bad Kreuznach. Wir warten auf die Kanzlerin. Bundeskanzlerin Merkel ist jetzt da. Herzlich willkommen zu diesem NaheTV-Spezial-Spezial-Spezial Bundeskanzlerin Merkel in Bad Kreuznach. Wir warten auf die Kanzlerin, sie ist jetzt aber da. Der Bundeskanzlerin steht die Freude ins Gesicht geschrieben. Spontanität ist eine ihrer größten Stärken. Und damit herzlich willkommen zu diesem NaheTV-Spezial-Spezial-Spezial-Spezial-Spezial-Spezial. Bundeskanzlerin Merkel in Bad Kreuznach. Wir warten auf die Kanzlerin. Die Kanzlerin ist jetzt da. Merkel winkt Kindergartenkindern. Wen soll ich sehen? Die Kindergartenkinder. Die Kindergartenkinder, da vorne. Wir haben so oben vielleicht. Hallo. Jetzt gucken Sie nicht mehr. So, hallo. So, jetzt macht einer mal ein schönes Bild. Tschüss. 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 Hallo. So. Jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's los. Ihr sind nicht mehr aufzuhalten. Jetzt geht's los. Hier spielt die Musik. Die Bundeskanzlerin nimmt nun ihre öffentlichen Aufgaben wahr. Und damit herzlich willkommen zu diesem NaheTV-Spezial-Spezial-Spezial-Spezial-Spezial-Spezial-Spezial-Spezial. Bundeskanzlerin Merkel in Bad Kreuznach. Wir warten auf die Kanzlerin. Die Kanzlerin macht Fotos mit Kindergartenkindern. Die Kanzlerin redet. Sehr warmherzig, zugewandt, sehr aufmerksam, interessiert, authentisch und ist ein richtiger Mensch. Ich glaube, es hat sie wirklich interessiert. Sie war sehr interessiert, das hat mich also sehr eigentlich auch verwundert. Haben Sie denn mal in die Augen der Kanzlerin geguckt? Die waren schön. Ja, die sind blau. Deine Augen machen bling, 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 alles ist vergessen. Deine Augen machen bling, bling, alles ist vergessen. Ciao, Dr. Ange Merkel, ich bin vom lokalen Rundfunk. Freut mich sehr, dass Sie vom lokalen Rundfunk sind. Lasst mal, lasst mal, lasst mal jetzt, mal ganz, alles ganz ruhig, Sie gehen runter, das ZDF ist doch sonst nicht so rabiat. Ja, er ist hier von der lokalen Rundfunk. Sie kommen dann nochmal einfach einen Schritt mit mir mit, weil Sie vom lokalen Rundfunk kommen und ich sage erst mal guten Tag, alles Gute für Bad Kreuznach. Danke. Danke. Bundeskanzlerin Merkel ist jetzt fertig und damit herzlich willkommen zu diesem Nahe-TV-Spezial, Spezial, 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 Spezial. Bundeskanzlerin Merkel in Bad Kreuznach. Wir warten auf die Kanzlerin. Die Kanzlerin ist jetzt da, Merkel macht Fotos mit Kindergartenkindern, Merkel redet, Merkel fährt wieder nach Hause. Bundeskanzlerin Merkel in Bad Kreuznach. 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 Bundeskanzlerin Merkel zeigte vollen Einsatz hier in Bad Kreuznach. Sie freute sich sehr, in dieser Kurstadt zu sein. Das war das Nahe TV Spezial. Auf jeden Fall ist sie weg. Wir freuen uns, dass sie zugeschaut haben. Tschüss.